hallo herzlich willkommen zum neuen video wir sitzen hier auf dem 62 15 er dem neuen den wir vor zwei videos geholt haben hinten haben wir dran unsere meier güldescheibenegge warum haben wir die dran wir fahren jetzt los und holen eine neue was für eine das seht ihr da diese umgesetzt ja von euch den 1000 kilo klotz drin zeichnen wir machen außen und vielleicht der vollständigkeit halber weil wir halter gebaut haben in den 175 baby hier habe ich mir die idee geklaut das ist hier so beispiel so ein original john dirhalter der geht bis da unten zum getränketopf so und hier ist und schlitten der kann hier festspannen ist natürlich ein bisschen noch ein bisschen einfacher gelöst und dann kann man den hier verschieben ja kostet aber dekadent viel geld und da habe ich das selber gebaut und dass die dumpel auch noch muss mir noch mal was überlegen auf jeden fall hier wieder unser standard röhrchen drauf genauso wie hier noch mal extra alter den hatte ich ja mit zum missstreuen ja und auch er hat jetzt eine neue tröte haben jetzt alle sechs er bis auf den zwei also alle schon nicht bis auf den 62 10 da müssen wir noch mal eine dran bauen der war immer am sägen sitzen aber das kriegen wir irgendwann auch noch mal voneinander ist ungetauscht das gute ding ich hätte aber so oder ein bisschen noch nicht was los ist ja ich habe eine neue scheibe jetzt dahinter die kommt dann in das gute fahrs wieder an das ist ja klar ich habe ja eine blaue weggebracht und ich habe eine andersfarbe jetzt dahinter wie kann ich das jetzt spannend machen ihr habt ja schon dahinter hier guckt selber eine rote scheibenecke mit schwarzen scheiben ja gerade auch schwarze scheiben ja das ist jetzt eine evers scheibenecke so auf ersten blick natürlich ganz anders gebaut und doch wieder irgendwie gleich ne das ist jetzt nichts was mich wundert oder so ich habe auch nicht so genau geguckt das ist am regnen vielleicht nachher in der halle eben ja aber sieht so auf den blick ganz gut aus also ist gut gefühlt ist dieser aber leichter warum es wirklich so ist weiß ich nicht die andere war auch immer sehr schwer sagen wir mal ich habe vorne ja die tonne gewicht drin also dieser konnte die andere aufheben konnte es aber wenn du richtig auf dem gas geschehen bist ist es auch von hoch gestiegen ja ich würde sagen ich daddel damit erstmal nach hause dann ist mittagspause und dann mal gucken so das ist alles ein gutes stück Thorig heißt das ding von evers ja und alles weitere werden wir dann sehen wenn es soweit ist da müssen wir noch den schlauch zurecht machen und sowas ja zuhause haben wir jetzt tut wie jetzt habe ich natürlich gar nichts gefilmt was wir hier so machen soll ich mal versuchen ob ich die da reinkriege uns ärgert hier so eine schraube von der edelstahlblende die hat er hier und die muss da rein willst du mal? oh Gott, was will ich mir das? kann ich zu kurz sein, Alter Scheibe in den Weg hast du wohl eine Zange? die hast du alles in deiner Tasche ich habe nichts in deiner Tasche, auch hier den Seitenscheider so, forschen wir uns das mal jetzt macht das krachen jetzt noch mal ein bisschen anders dann frisst sie gleich, wenn wir wetten edelstahlschraube was ist denn mit ihr? geh mal her, Schlüssel ich glaube ich habe es Tatsache hier, Grüße gehen raus am Pulli, ne? kannst du dich noch erinnern, als du diese Blende dran gekriegt hast, wie dich gefreut hast kannst du es noch? warum filmst du hier meinen Bauch? das wäre dein Bauch sieht man auch mein Gesicht? ja, hat man vorher auch gesehen kannst du dich noch daran erinnern, dass du unbedingt die Edelstahlblende haben willst? sie ist immer noch dran wolltest, willst ist ja falsch so, was haben wir gemacht? hier ist bei der Maisernte mal der Auspuff abgebrochen das Stück, was hier innerlich am Turbolader sitzt, da lang geht und dann da unten flanscht, das liegt da ähm kannst du das mal eben annehmen? ich war gerade noch eben auf dem Dach und habe da eine Leckstelle dicht gekleistert schrauben sie alle drin vom Dach wo? hinten hinten war ja auch hoch du meinst diese kleinen Mistbiester? äh kaputt die Gewindesitze da muss ich gleich nochmal bei hier war der abgerissen bei der Maisernte hier 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 war der abgebrochen weil der ganze Auspuff an diesem Stück hängt sieht man hier, da habe ich so ein bisschen im Rohr reingedengelt äh war gar nicht mal so übel hat jetzt auch das jetzt ja gehalten so was hast du gemacht? hier volle Hütte Inspektion alles 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 oh ja und wem es jetzt auffällt die Karre habt ihr ja nun nicht so oft gesehen wir haben hier jetzt andere Decken drauf gezogen die hatten ist so also jetzt sind hier wieder die 710 70 drauf guckt euch das Video an von letztes Jahr mit diesem Trecker da habe ich da nämlich kleinere drauf gemacht die auf den weißen Felgen saßen das ist das Video wo du dich so drüber aufmerkst weil du den Lufttrockner nicht los gekriegt hast ja genau da habe ich da so ein Dorn durchgekloppt auf jeden Fall den Kohlflöbel machen wir gleich auch wieder dran hier haben wir ein bisschen gerichtet auf jeden Fall jetzt sind diese dran mit glatt fahren die anderen waren glatt ja mehr oder weniger da waren ein paar Brüche drin da wollten wir nicht mehr mit rum fahren alt so hier muss eine helle Highway dran das ist halt nix so was mache ich hier? gute Frage ich werde hier am Maschinen reinholen zum Nachbuchen Zubringerfässer so ich werde versuchen den zu fangen ach die ist nicht zugegangen so hier habe ich aber Universal Bock vor Kugel Dreipunkthagen und Zugmaul und ich will auch noch eine K50 irgendwie da integrieren für Autoanhänger wie genau weiß ich es noch nicht das geht super mit diesem Stapler der kann so ein Güllefass oder so ein Hex und das schiebt der so mit rum das ist gar kein Thema war doch wohl interessant wer vorne ein richtiger Hydraulikanschluss zum Lenkachse sperren da müsste ich glaube ich nochmal irgendwie raus herausfinden wie ich das machen kann ich habe hier ein Steuergerät für Seitenverschiebung mal gucken PING Zeitsprung Güllefass ist schon davor wir haben gerade das Geschenk abgebaut heute Morgen haben wir ein bisschen Zubringer nachgeguckt habt ihr ja gesehen und jetzt wollen wir den Schlauch da anpassen wer da hin muss diese Gabel da die ist glaube ich total überflüssig bei diesem Fass weil wir haben da eine eigene und unser Schlauch kommt auch von oben ja das wollen wir jetzt machen so ist der Plan das ist jetzt das gespannt für Frühjahr 2023 bis auf das Gewichtstück fehlt natürlich noch bis auf das Gewichtstück fehlt natürlich noch erstes Mal hinter dem Fass ach ja auch gestern erst geholt also von daher wie eh was Markus wir haben den Schlauch angepasst wir mussten noch ein paar Bögen zwischen weg zu der Maya jetzt ist hier da so ein Drehgelenk und der Schlauch geht in schönem Bogen oben an das Fass ran da ist die Schnittstelle da ist so eine Führung und äh ist jetzt die Scheibenberg ist genau 4 Meter jetzt Oberkante und der Schlauch ist ein bisschen höher ähm ja musst ihr halt nachgeben wenn man wenn man den irgendwo drunter dengelt also das ist so ein Stück höher ne man wird es nicht ausmachen oh Regen ja passt wohl soll wohl laufen so das war das hi hi wir bauen gerade das äh Schlappschlauchgestänge wieder an die Scheibenberg ist ja fertig aber wir müssen jetzt erst auf Getreide das meiste haben wir macht noch eben die letzten Schläuche dran das ist hier oben so mit 4 Punkt äh da da und hier ist so eine Querstrebe kannst du die Neigung mit einstellen den Hangausgleich ja das müssen wir gerne neu machen und dann stellen wir machen wir noch ein Gewichtstück davor und dann stellen wir den weg dann können wir damit auch loslegen das ist hier 24 Meter Vogelsang Schlappschlauchgestänge das kann man hier auch Stützen abstellen hinten auch hinten sind die nur schon raus da musst du ein bisschen mit der Hydraulik spielen um die oberen Lenker da einzubauen ja ähm das andere Güllefass das 18 Kubikmeter Güllefass ist auch schon äh heute unterwegs fährt Gülle aus ja aber dies hier erst nächste Woche frühestens jetzt gucken wir noch da fährt jetzt ein bisschen vor dann können wir ganz ausklappen dann gucken wir nochmal ob alles äh läuft ob der gerade hängt und sowas sonst müssen wir die eine Strebe dann noch verdrehen ja jetzt gehts erst los hier ganz interessanter Vorgang da hinten schiebt sich was raus da vorne klappt was ab da kommt noch Wasser raus reingeregnet ja ja und so wirds ausgeklappt windig ist das heute windig so das sind 24 Meter Schleppschlauch und das sieht soweit sehr gut aus können wir fast so lassen ja nicht nur fast das lassen wir so ja das ist gut ja kann so laufen kratze vor und weg das sieht gut aus sieht gut aus ja na jersey na ja unser jersey ist umgezogen haben wir heute hierhin gestallt aus dem Kälberstall äh er ist eigentlich gehört er ganz woanders bei er gehört eigentlich zu den Rindern die stehen da hinten schon vom Alter aber von der Größe her passt er zu diesen und er ist jetzt heute mit rüber gekommen hier auf den ersten Spaltenstall also hier kommen die nach dem Kälberstall hin können sich hier dann an den Liegeboxen gewöhnen ich habe das heute morgen schon mal eingesträumt mit Stroh heute Abend mache ich das nochmal ja da sind Matratzen drauf schöne weiche dass sie sich an Liegeboxen gewöhnen weil das hier ist wohl ein wichtiges Alter wenn die das hier nicht lernen dann wird das sowieso nichts was haben wir noch so hier veranstaltet heute ist jetzt Samstagnachmittag gestern haben wir noch schnell hier so ein neues Fressgitter eingebaut ja das ist jetzt ein Gea haben wir dabei in den Trockenstern auch schon verbaut wir haben eigentlich alle Sorten hier sind zum Beispiel Spinder und Germingo und was haben wir da alle was hier hin da geht wieder den Arbeitseinsatz los ja das hier ist so ein bisschen spacig da kann man mit so Knöpfen einmal hier die grünen sind einfach wie man es kennt zum Freilassen wieder von Tieren wenn die alle gefangen sind also das musste ich selber bauen man kann jetzt hier federbelasteten Bolzen hochziehen und dann kann ich das kann man das hier auch fangen stellen oder auch nicht so gefangen mit den grünen kann man die dann loslassen und mit diesen kann man irgendwie das einstellen dass sie gefangen sind und wenn man den komplett entsperrt dass sie dann immer noch gefangen sind ich weiß nicht wie es funktioniert die sind da eigentlich nur drin damit da kein Unfug passiert ja sowas haben wir heute gemacht und noch was mehr ich wollte mal ein bisschen vom Stall füllen sonst wird es so einseitig ich zeige euch das eben so hier bei den Trockenstehern haben wir heute wieder die Tiefboxen aufgefüllt geht nochmal ui das wollte ich nicht Mist jetzt habe ich hier die Verriegelung auseinander ich mach das mal wieder zusammen also wie gesagt bei dem Trockenstehern dann tun wir alle drei Wochen so die Liegeboxen hier ein bisschen mit Mist nachfüllen und Stroh drüber und kalken sowas machen wir alle zwei Tage tun wir die Boxen kalken ja mit sowas beschäftigt man sich auch halt wird gut angenommen sieht man hoffentlich hier haben wir auch Hochboxen das sind so dicke Matratzen und Teiltiefboxen man sieht da ist nichts beliebter oder so da hinten wo die Kühe liegen sind auch Hochboxen die sind irgendwie sehr beliebt ob das da nicht die Kante ist ein bisschen höher also da liegen die ziemlich hoch und können dann rüber gucken in den Abkalbestall ich weiß jetzt nicht ob das was zu sagen hat schlechter ist diese hohe Kante auf jeden Fall nicht hier sind die ein bisschen niedriger ja nö und jetzt gehe ich noch ein bisschen in Halle und da ist ja Samstag gewesen ja ist man so so sieht das nämlich an dieser Front aus ich habe nicht mehr hier Scheißdraht habe ich nicht mehr viel sowas Neues besorgen auf jeden Fall habe ich Teile bestellt Schare, Oberlenker und so weiter dann habe ich hingegangen und habe das hier ein bisschen abgefangen dass der Druck hier ein bisschen mehr auf die Walze geht ja habe das hier alles zusammen geheftet wie es soll da sind auch überall schon Buchsen drin ja hier habe ich die Punkte verlängert vorher saß die Kugel hier jetzt sitzt sie hier muss alles noch verschweißt werden hier muss noch eine Streberei dann muss das hier oben noch hin weil diese müssen ja auch ein bisschen nach hinten wandern ja ja also das sieht jetzt ein bisschen Banane aus weil eine kleiner ist aber funktionieren wird es genauso gut und das ist ja die Hauptsache ich finde das geht muss man eben aufs Licht warten dauert immer bis die dicken Strahler hell werden auf jeden Fall war ich ja stehen geblieben dass das ein bisschen komisch aussieht dass da eine kleinere Krümelwalze drin ist macht aber vom Prinzip ja nichts aus natürlich verändert sich mit dem Winkel auch die Tiefe da jetzt stehen die alle drei auf dem Boden wenn ich den Winkel so quasi die Arbeitstiefe verringere also anders gesagt diese Walze kann ja nicht die Arbeitstiefe regeln dafür sackt die ja zu tief eine in den Boden auf jeden Fall wenn sich der Winkel von diesem hier ändert dann wird die vielleicht mal ein bisschen zu hoch laufen aber man bricht die Welt nicht ansonsten ist es gut so jetzt muss ich noch hier das hier verlängern habe ich hier schon angeheftet ja hier oben durch diese Teile noch so ein bisschen verstreben wenn ich dann wieder Schweiß dran habe wenn ich das alles schön verschweißen dann kommen da noch Warntafeln drauf und die neuen Schare dran und dann ist das fertig ja finde ich sogar nicht so schlecht ehrlich gesagt das sollte gut laufen man muss nur aufpassen dass man nicht zu viel Druck drauf gibt oder zu viel Tiefe will dann setzen sich diese kleinen Walzen die drücken die schneiden ja so rein die Stege dann drücken die sich natürlich voll Sand sind sowas von schwer die Lagerung läuft aus bla bla ja um die Boxen zu tauschen kann ich noch erzählen haben die hier früher diesen trennbar gemacht geflanscht und einen von den neuen habe ich auch flanschbar gemacht hier braucht es nicht weil diese kann nach links weg und die nach rechts genau ja schön habt ihr das auch gesehen ja was habe ich noch naja ich habe ein Zugmoll bestellt für unseren Radlader für die Schiene dahinter also es ist dunkel muss hier mit dem Handy ein bisschen leuchten ach ich zeige einfach die Schiene wie die dran ist und das Zugmoll das könnte ich noch das Ding steht hinten auf Siloplatte da schleppe ich das jetzt nicht extra hin kommt noch wo mal ja dann würde ich sagen danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal machts gut äh sonst noch? nö ja machts gut 20 Es 23 4